ja folge nummer 40 von aborion und da unten steht es wir haben ihren auftrag fertig holen sie die ressourcen ab jetzt habe ich das 460 100 naja weg ist es aber irgendwo sind die ressourcen fertig die wir irgendwo abliefern mussten die haben sich also da tatsächlich gemeldet jetzt die frage wo war das springe aber gerade durchs tor weil das war noch die aufgabe vom letzten mal hingeflogen war ich schon und dann schauen wir uns das ganze doch mal gerade an wenn wir im neuen sektor sind wenn es da nicht gerade einen großangriff gibt oder sowas so ok dann gehen wir mal in die karte ich will jetzt nicht hoffen dass das hier war jetzt müssen wir mal gucken wo war das gute frage 460 habe ich gesagt ne glaube ich 161 schade wenn ich jetzt wüsste was ich nicht weiß kann man den chat noch mal einblenden die nachrichten spiele handelsmenü baumodus e-mails klar taxi karte schiffsmenü spieler und hier ist die drohne aussteigen wenn dann wäre ja hier was aber hier ist jetzt nichts drin hier müssen wir noch ein bisschen weiter vielleicht machen das ist die frage ja wie wir da wieder dran gekommen an diese information weiß ich auch nicht wir waren über den spalt gesprungen wir gucken jetzt erstmal hier rein handelsposten brauerei computer komponenten drohnen fusionsketten halbleiter plasmazellen raumjäger waffen 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 fabrik und waffen fabrik zulieferer das hört sich ja ganz interessant an hat er eine aufgabe schwarzes brett keine aufträge vorhanden hätte ja sein können war eine idee wert oder jetzt müssten wir mal gucken ob wir hier irgendwas grünes finden ich sehe noch keinen grünen astroiden hier in der nähe fliegen da jetzt einfach mal rüber das ist titan titan da unten ist es also hier gibt es schon das entscheidende alles entscheidende bin ich jetzt noch auf der strategie karte nee so da zeigte auch noch was an jetzt ist noch die frage was haben wir hier drinnen titan titan doppel eisen reisen also das heißt die beiden müssten ja eigentlich abbauen können das bedeutet doch dass ich hier mal eine zwei raus machen hier auch mal gerade eine zwei raus machen damit das nicht verschwendet ist gehe dann hier raus schaltet zwei aus und fliege mal gerade daran und versucht das abzubauen oder ja voll gerammt sehr gut ich sehe die nicht auch doch da oben geht ok dann muss man erst mal noch nicht abbauen ja oder ist mir so nah daran sein dass er es abbaut was ist mit dem schiff los stopp vollschrum gescrollt eisen titan da sind zwei titaner die da vorne sind was haben die für eine reichweite 1,5 m aber ich bin 0,05 meter davon weg oder bin ich schon zu nahe dass es nicht abbauen klappt ich bin wahrscheinlich schon zu nahe so sieht es aus ja das ist ja cool was wir jetzt hier abbauen das ist jetzt nicht wahr oder jetzt ist es endlich weg so den haben wir schon geschafft eigentlich müssten wir den jetzt hier weiter laufen lassen oder da ist auch einer guck da sind ja noch mehrere blipse hier die machen wir jetzt erstmal sofort jetzt habe ich die nahe wieder vergessen einen daneben ich glaube jetzt habe ich sie alle oder ja gut das bedeutet eigentlich sollten wir ja aussteigen und den einfach weiter arbeiten lassen oder erstmal wenn wir dann auch nicht kriegen wo haben wir denn schon 1800 als weiter drei ach so wir sind noch hier drin und haben noch ärzte sogar gut dann lass mal aussteigen und dann lass mal ihn so aber ich weiß gar nicht ob der das jetzt mit voller wucht dann macht oder das ist jetzt eine gute frage nach mach das mal hier war keine raffinerie dran ne da muss er woanders hinfliegen da war auch nix da weiß ich jetzt nicht wo hier was ist ok das heißt lass den mal arbeiten das sollte er jetzt schon tun er ist ja schon weg sehr gut und wir müssen jetzt gucken das war eins der beiden tore nehmen und hoffen dass wir dahinter west tor nehmen wir brauchen was östliches oder west tor ach doch das ist knapp daneben ist auch vorbei ne dann fliegen wir brauchen direkt hinspreden dann wenn das so nahe ist jetzt habe ich es knapp daneben war es schafft ne so jetzt noch mal und geht nur nicht jetzt aber Springen wir da mal rüber, ne? Und dann gucken wir mal, was da ist. Ein krasses Ding, was da fliegt, ne? So. Was haben wir denn hier? Ressourcendepot, das passt ja schon mal. Schmuckhersteller, Raumjägerfabrik, Weizenfabrik, Stahlfabrik. Gut, äh, ne, Karte war schon richtig, As-Reiter 3 ist auch richtig. Machen wir den, dann hopfen wir da rüber, und dann den, und dann hopfen wir da rüber, und dann wiederholen. So, das sollte passen. Jetzt gucken wir, wer hier noch im Sektor so rumpliegt. Alles Fregatten, und Fregatten kann ich nix fragen, glaube ich, ne? Doch, kann ich. Wo ist dein Heimatsektor? 332 minus 74. 332 minus 74. 74. Ah, da oben steht auch was dran, ne? Home-Sektor, private Notiz. Hat er das jetzt automatisch da hinzugefügt? Das wäre ja krass, oder? Hm. So, jetzt müssen wir nur gucken. Komm, wir fliegen jetzt mal da hin. Äh, da ist ein Tor. West-Nordwest. Nein, da will ich nicht hin. Das ist das Tor. Achso, wir können nur dann zum Ost-Tor fliegen. Klar. Das ist das Ost-Tor. Okay. Und dann östlich, und dann nordöstlich. Okay, machen wir das erstmal. Wo ist denn die kleine Drohne? Ah, da ist sie. Alles klar. Fliegen wir mal schnell durchs Ost-Tor. Und dann gucken wir da nordöst weiter, ne? Die Dingens muss ich mir beim nächsten Mal aufschreiben, wenn ich dieses Video kontrollieren will. Ich stand ja am Anfang da, ne? Wir haben den Auftrag fertig. Ach, da unten steht es ja. 443 minus 161. Oder ist das jetzt, weil da einer gerade vor Ort ist? 443 minus 161. Äh. Oh, das war viel zu schnell. Ah, das ist wahrscheinlich hier die Lady, die das macht. Die baut das da ab. Also da brauchen wir nichts machen, schätze ich mal. Passt schon. Das war nur die Information von der Lady, dass die da das weggebracht hat. Auch gut, ne? Wir müssen doch gucken, dass wir die alle jetzt so ein bisschen weiter in Richtung Zentrum kriegen, was ja Westen dann ist. Und dann klappt das schon, oder? So. Hält ihr noch vorher an? Ich will's hoffen, weil ich wollte gerade noch gucken. Aber das kann ich jetzt nicht wirklich sehen, ne? Oder sieht man hier was Grünes? Aber hier wird wahrscheinlich, das ist ja noch ein Stückchen näher, gen, äh, sag schon, Zentrum. Da wird auf jeden Fall Naunit noch sein. Passt schon. So, ab ins Sprung. Tor. 1500. Und was hat's gekostet? Kriegen wir aber schon hin. So. Eigentlich müssten wir jetzt einen Entdecker oder sowas hier herholen, ne? Würde eigentlich viel mehr Sinn machen. Als Reiter 3, ne? Ist auch so eine Geschichte. Hier gibt's nichts mehr zu entdecken, ne? Doch, da muss irgendwo noch ein Sprungtor sein. Und er muss auch noch irgendwo ein Sprungtor haben. Aber meine 1 hat noch was zu tun. Das Reiter Discover hat nix zu tun. Ich glaube, wir fliegen jetzt mal einfach hier hin. Das kann er ja direkt machen, ne? Tut sich da was? Ist das eine direkte Verbindung? Wohl nicht, ne? Dann würde ich sagen, es darf vielleicht noch eine direkte Verbindung hin. Also die Linie, meine ich jetzt hier, die sich da langzieht, ne? Das könnte... Ne, ich glaube auch nicht. Schwer zu beurteilen, ne? Ich weiß nicht, wo er hinspringt und wo er dann hier die Linie anschließt. Irgendwo da muss es ja gehen eigentlich, oder? Ja, jetzt braucht er länger für den Sprung. Gut. Tore Kommt aber auch nicht. Da ist auch kein Wehrchen. Dann kann es ja nur noch da sein, oder? Wie sehe ich das? Oder ist es doch da? Muss wohl hier sein. Den Weg zeige ich da leider nicht an, ne? Irgendwas ist da faul. Ich tippe mal drauf, dass es hier ist. Das kann er nicht, also gibt es da keine Verbindung. Hm. Komisch. Das ist doch dieser Planet, der damit verbunden ist. Springen wir jetzt rüber, komm. Mach mal schnell hin. So, und jetzt? Ne, kann er nicht. Dann springe ich jetzt nochmal da hin und dann gucken, ob er nach da kann. Wenn er dann lila wird, dieser Pfeil, der hier rüber geht in grün, dann gibt es doch eine direkte Verbindung. Toll, oder? Der andere hat das nicht entdecken können. Na, super. Okay. Dann springen wir da hin, durchs Tor. Fliege ich da mal rüber. Gut, dann haben wir das. Also, der eine Miner ist jetzt unterwegs, auf jeden Fall. Und macht was. 443,161. Das war die Lady dann. Die findet jetzt nichts mehr, oder? Ja. Soomen wir da mal gerade ein bisschen rein. Für ratengreifenden Sektoren, ich weiß nicht wo. Die Lady soll darüber fliegen. Die Lady soll da rüber fliegen. Soll dann abbauen. Und dann Ressourcendepot rummündern und das wiederholen. Sie ist rüber geflogen und ich glaube, es gibt hier noch was. Es ist kein Zeichen gekommen, dass das nicht geht. So, Piraten greifen den Sektor an. Das ist dann wohl vielleicht hier, oder? Nicht hier. Ich sehe nichts. Keine roten Symbole. Muss woanders gewesen sein. Gut. Okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es hier erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Aue habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.